Is-of-Lavonene, eine Forschungsinitiative stellt sich vor zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass Is-of-Lavonene nicht nur bei Wechseljahresbeschwerden effektiv sind, sondern auch eine Reihe anderer wichtiger Schutzfunktionen erfüllen können. Ein kompetenter Ansprechpartner auf diesem Gebiet ist Herr Dr. Matthias Schmidt, der sich als erster Vorsitzender der Is-of-Lavon-Forschungsinitiative eingetragener Verein intensiv mit Is-of-Lavonene befasst. Ziel des Vereins ist die Förderung der Is-of-Lavon-Forschung, um wissenschaftlich fundierte Antworten auf aktuelle Fragen zu Effekten und Sicherheit der Is-of-Lavonene zu geben. Die Is-of-Lavon-Forschungsinitiative wurde vor einigen Jahren als unabhängige Gruppe gegründet, um einerseits die wissenschaftliche Is-of-Lavon-Forschung zu fördern, und andererseits, die Bevölkerung über die herausragende Bedeutung der Is-of-Lavonene auf die Gesundheit zu informieren. Neben Dr. Schmidt gehören dem Verein auch namhafte Wissenschaftler und Mediziner aus Deutschland und Österreich an. Überragende Bedeutung nicht nur in den Wechseljahren, die Sojabohne hat in Japan und China als Hauptnahrungsmittel eine überragende Bedeutung. Es sind an erster Linie die in der Sojabohne enthaltenen Is-of-Lavonene, die für die gesundheitsfördernden Eigenschaften verantwortlich sind. Neben Soja, zählt auch der heimische Rotklee zu den Is-of-Lavon-Haltigen Pflanzen. Is-of-Lavone gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und werden häufig als Phytostrogene bezeichnet, was aus heutiger Sicht jedoch nicht ganz korrekt ist. Mithilfe der Is-of-Lavone werden die körpereigenen Schutzfunktionen vor einer hormonellen Fehlsteuerung aktiviert und der natürliche Hormonhaushalt unterstützt. Zum Einsatz kommen Is-of-Lavone heute deshalb vor allem bei Wechseljahresbeschwerden als Alternative oder Ergänzung zur Hormonsatztherapie. Wertvoller Beitrag für die Gesundheit Soja Is-of-Lavone können einen wertvollen Beitrag zur gesunde Haltung leisten. Wer mehr über Is-of-Lavone, deren Wirkungsweise und ernährungsmedizinische Aspekte erfahren möchte, kann sich nicht nur auf der Website informieren, sondern sich bei speziellen Fragen auch direkt an die Is-of-Lavone-Forschungsinitiative eingetragener Verein wenden. Allgemeine und medizinische Anliegen werden von Dr. Schmidt umgehend beantwortet. Is-of-Lavone haben günstigen Einfluss auf Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewungen, Schlaflosigkeit, das Herz-Kreislauf-System, die Knochenfestigkeit. Tipp, die Is-of-Lavone-Forschungsinitiative eingetragener Verein widmet sich dieser einzigartigen Stoffgruppe und stellt die neuesten Erkenntnisse zu nutzen, aber auch zur Anwendungssicherheit von Is-of-Lavonen vor.